Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Röntgen Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer Jo, also Planung für diese Folge Kurz überlegen, Herrschaft Und probiere ich dann die nächsten zwei Folgen, die dann nachher kommen noch Ähm, Prodigy mit einzuspielen Erstmal Herrschaft und Gucken So So und das ist jetzt noch, ja stimmt, das ist ja die Woche Also im Februar werde ich wahrscheinlich mir eine neue Grafikkarte zulegen, die besser ist als die jetzige Ähm, ja, bis dahin müssen wir uns halt mit ein paar Niedriger im Framerates begnügen Also begnügen Aber ich muss sagen, mit der habe ich jetzt auch zur Zeit so um die 30 bis 30 bis 80 Frames, also von daher ist mir das Wieso habe ich ein Low-Ping Ich nicht ganz verstehen das Na, ich will auf High-Rise spielen Na ein, ich nicht dagegen sein Fuck you Ich bin voll für High-Rise Best Map ever Kann man so sagen Hoffentlich tue ich nicht wieder eine Aufnahme komplett verkacken So wie immer Verkacken Kacki, kacki, kacki AA machen Komm, jetzt ist nur noch eine Pro-Stimme Komm Hoffentlich komme ich in ein Team, was relativ gut ist Relativ Äh, wird schon relativ gut sein Ich habe 3 Level 70 Hm So, hier, hex So Ja, hex Gut, geht auf High-Rise What a win Das heißt, der Hostier davor muss übelst den Fucking, fucking, shit An Internet gehabt haben Hatte ich nämlich schon mal so einen Hostier Der hat einer mit 3000 Hat hier, was weiß ich, was für ein Ziele einnehmen Ah, wird gesichert Der Feind hat Charly Alpha, gesichert Bravo, wird gesichert Na Na Bravo, wird gesichert Mmm Mmh Bravo, wird gesichert Oh Oh Ganz vorsichtig Ach Oh Aufklärungsdrohne online Wir verlieren Alpha Achtung Feindliche Aufklärungsdrohne gesichert Mh Der Feind blockiert unser Radar Feindliche Aufklärungsdrohne Fuck you Ja Ja Hä Habt ihr ihn gar nicht gesehen Fuck you einfach Ja Ja Kommt der jetzt von hinten oder Wir werfen einfach mal da ne Blendige hin Bravo, wird gesichert Verbündet der Preser Sabrone im Anschlug Wir verlieren A Was sagt uns das discover Was Wie wird gesichert Okay. Okay. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey! Hä? Vom Heliport. Ohne fucking Witz jetzt. Der Feind blockiert unser Radar. Was ist wie... Scheißegal, wer das ist. W wird gesichert. Klappt nie so, wie ich möchte. Was? Sag mal, was hat denn der geschluckt? Wir verlieren C. Ah, wird gesichert. Alpha gesichert. Hm. Der Feind blockiert unser Radar. B wird gesichert. B wird gesichert. B ist doch gar nicht wahr. Oh. Oh. Das war's für heute. Uh. Wir werden besser. Was? Ich muss da wieder ein anderes Visier drauf machen. Das geht mir voll auf den Pisser, das scheiß Visier. Schön für das AC OG, dass ich es so weit sehen kann. Aber bringt tut es mir am Ende nix. Boom, boom, boom. Charlie wird gesichert. Hat da nicht gerade einer auf dem Heliport? Eindeutig Visier ändern. Aber eindeutig. Ah, da, da, primär. 100 Pot. So. Hm, 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 hm. Achso, hier sind schon ein paar Leute raus. Dann machen wir es halt nochmal. Guck nie irgendwas durch, wenn du weißt, dass du gerade was suchst. Es könnte dir zum Verhängnis werden. Weiter im Text. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Wir verlieren, bravo! Wir verlieren, Charlie! Wichser! Das ist ein Witz. Ich komme kaum rein. Kaum drinne und schon... Passt, passt, passt. Ja, ich habe die umbenannt und AE ist besser als ein Ä hinzuschreiben. Ist ja bekannterweise für Backups und so sinnvoll. So, jetzt müssen wir mal wieder warten, weil... nur Huren spielen. Huren! Aber wörtlich Huren! Entschuldigung für das unterste Niveau, was wir hier aufrufen können. Aber das muss sein. Level 12. Schon klar. Bestimmt so ein Aim-Bot-Hacker. Oder ein Wall-Hacker. Dass der so schnell levelt. Ganz ehrlich, mir ist der Scheiß egal, wie ich spiele. Ich spiele aus Spaß und nicht darum, um zu gewinnen. Obwohl, naja, manchmal will ich gewinnen. Ja, das sind aber nur 99%. Also... Die restlichen 10% sind dann meine... Sind dann Wutanfälle. Naja, mach ich doch. So. Gut, der läuft auch erstmal hier lang. Bei Alpha ist einer. Boah! Ich überlege gerade halt. Wie komme ich jetzt am schnellsten darüber? Vorräte sind unterwegs. Komm, mitten... Mit der G18 kriege ich das auch hin. Wichser... Wichser... Fuck you einfach Wie hat der mich da gesehen Entweder muss er ein Aiming haben Was von Gut und böse ist Wo ich weniger drauf hoffe Oh Hey come on Was geht denn jetzt wieder Fuck you Oh In einen guckst du hinterher Und in anderen ignorierst du Fucking Wurfmesser Wurfmesser Komm Bei Alpha müsste jetzt einer sein Wir verlieren C Achtung feindliche Vorräte Achtung feindliche Vorräte Achtung feindliche Aufklärungskrone Die sind alle bei A-Spot oder bei Hinten Fuck you Auch einfach mal dahinter geworfen Ein Wurfmesser Hass ich die Dinger Fuck you Gar nicht Gar nicht Wie bitte Werden wir das geschafft Hallo Hallo Wollen wir mal Gut dass ich jetzt nicht bei Charlie stand Schau Schau Du Mongo Alter Erstmal testen Wir verlieren diesen Kampf Der Feind blockiert unser Radar Achtung feindliche Aufklärungskrone Gesicht Falls jemand fragt Ja das ist Absicht Bravo wird gesichert Hier hinten Die müssen nochmal um die Ecke kommen Ja denn das geschafft Ja denn das geschafft Kann ich jetzt gern wissen Guck nie nach unten Hä denn das ist Da hätte ich jetzt kommen müssen Na gut, 8-3-5 Geht besser Geht besser Geht besser Okay Jo Und an dieser Stelle verabschiede ich mich Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dahin, tschüss